Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Woher kommst du? Ich komme aus Summenien und ich wohne in Pidesz. Sehr gut. Wie alt bist du? Ich bin neun Jahre alt. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der dritten Klasse. Sehr gut. Hast du Geschwister? Nein, ich bin ein einziges Kind. Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Jonella. Und wie heißt dein Vater? Mein Vater heißt Solina. Gut. Hast du Geschwister? Nein, ich bin ein einziges Kind. Okay. Sag mir bitte, was isst du gern? Ich esse gern Fisch und Pizza. Und was isst du nicht gern? Ich esse nie gern Bohnen und Suppe. Gut. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Warum ist gelb deine Lieblingsfarbe? Gelb ist meine Lieblingsfarbe, denn ist eine helle Farbe. Gut. Hast du Hobbys? Ja, ich habe viele Hobbys. Meine Hobbys sind Computer spielen und Freude treffen und Handy spielen. Okay. Sehr interessant. Sag mir bitte, treibst du Sport? Ja, ich schwimme und ich spiele Tennis. Und seit wann schwimmst du? Ich schwimme seit vier Monaten. Gut. Und mit wem spielst du Tennis? Ich spiele Tennis. Mit wem bedeutet Kucine. Mit wem spielst du Tennis? Ich spiele Tennis mit meinem Vater. Okay. Sehr gut. Sag mir bitte, was hast du diese Woche in der Schule gemacht? Ich habe einen Test geschrieben und die Hauptaufgaben gemacht. Gut. Gemacht? Gemacht. Sehr gut. Sag mir bitte, welche sind deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer sind Rumänisch und Englisch. Gut. Und seit wann lernst du Englisch? Ich lern Englisch seit vier Jahren. Gut. Es ist perfekt, David. Tschüss. Tschüss.